Heute bringe ich meinen 14-jährigen Bruder das Riftenball. Wir sind natürlich erstmal auf Automatik. Kann ich probieren, ein bisschen mehr Gas zu geben? Nein, jetzt nicht. Ich fahre erstmal dreimal die Strecke ab, damit du erstmal die Streckenführung kennenlernst. Der hat schon vor 1,5 Jahren gedriftet mit meinem E39 damals noch. Da habe ich noch ein paar Videos davon. Aber das waren so mehr Donuts auf dem Paarplatz. Und das war halt mit Schaltgetriebe. Deswegen ist glaube ich jetzt besser, weil jetzt geht es redlich im Driften. So, jetzt schleppen wir die Karre ab in die Werkstatt. Weil der Motor ist komplett tot. Er hat komplett den Geist aufgegeben. Und das ist so die letzte Fahrt für den BMW hier. Wenn man 90 auf Schlepptauhr, Alter. In 3 Meter Abstand ist echt ein bisschen unangenehm. So, mein netter Bruder hat mein Auto kaputt gemacht. Und deswegen muss ich jetzt meinen Arsch durch diese verfickte Schneehülle bewegen. Was ist das? Warum hast du mein Auto kaputt gemacht? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Und wer war am Steuer? Du oder ich? Eigentlich war am Steuer Jan, aber ich habe versucht die Lage noch zu retten und habe das Lenker getroffen. Und ich habe versucht, dass wir versuchen, die Situation zu retten. Aber es war zu viel. Ey, Junge, du bist so ein Laberkopf. Ich erzähle mal, wie es wirklich war. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zu gehen lassen. Er hat es geschafft, auf dem See in einen Baum rein zu fahren. Da gehört schon einiges zu, auf dem See in einen Baum zu finden. Ey, das nächste Mal nehme ich dich mit in die Güste. Ich glaube, du schaffst es da zu ertrinken. So, das Auto kommt jetzt endlich nach. So, das Auto schleppen wir jetzt in die Werkstatt. 26. Region unter Peter. Yo, yo. Eine kleine Nach-Info am Rande. Es handelt sich hier um zwei Fahrzeuge. Zwei verschiedene Fahrzeuge. Den einen Sechser mit den Winterdrifter und den Sommerdrifter. Gerade vor mir direkt Reif geplatzt. Meine Fresse. Der Reifen ist geplatzt. Er wollte hier rauf fahren. Und hat sich komplett festgefahren. Jetzt kommen wir hier nicht mehr weg. Danke Scheiße. Wir sind die Fahrzeuge. Nein. Aber ich kann. Der Reifen ist, ich verstanden. Ich versuchte. Du bist da. Du bist da. Ja. auto mussten wir jetzt abladen weil ersatzrad hatten die keins dabei gehabt und jetzt haben die kurz vor der werkstatt natürlich so eine kleine ansteigung und da da sind 100 prozent schwerer drin beim auto und vor allen dingen sommerreifen komme ich einfach nicht hoch von der ganz hinten versucht anlauf zu nehmen dass ich das hier überfahren kann aber ja zu früh gefreut jetzt wollen wir mit dem 7er das ding hier hochziehen siehst du meiner kann auch pfeifen ab geht's nach hause leider ist in diesem video nicht so viel fahrspaß zu sehen weil es liegt daran dass es restmaterial war zwischen zwei episoden und ich dachte euch damit ihr so eine kette der ereignisse habt es ist vielleicht vielleicht interessant das zu sehen in deutschland angekommen haben wir eine kleine trauerfeier mit meinem kumpel die mal gemacht fehlt ein 1,6 liter bmw m keine ahme was ist das 4m50 ich weiß es nicht mal 1,6 liter bmw m keine ahme was ist das 4m50 ich weiß es nicht mal